ich komme was läuft was läuft willkommen eigentlich gehört dieses warum wer weiße andere leute werden auf youtube gebannt für kleinigkeiten und so ein schmutz content wird von den 12 und 13 jährigen in den himmel gehoben die gehen wahrscheinlich morgens die schule was läuft was läuft zum nächsten video wollen wir drauf jump hätten dann ist verboten jetzt auf der suche nach essbaren gegenständen ich habe gehört der fliegenpilz soll sich also sich wunderbar eigenen zur nahrung nahrungsbeschaffung steakhouse pizzeria eiscafé biergarten restaurant eiscafé einigkeit ja das ist mir wichtig einigkeit in einem eiscafé hat für mich immer höchste priorität das ist schon gut durchdacht hört nochmal genau hin ich fühl seinen punkt ich glaube ich werde jetzt auch impfgegner guck mal das beste was man bei einem hohen puls erst mal tun sollte ist nicht erst mal ein booster rein zu pfeifen wo sind die geimpften wo sind die gebooster denn wer geboostert ist ist so drauf wie ich ja wow 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 power jau wann soll das gewesen sein wie macht er das dass er meine körperteile so bewegt wann soll der scheiß gewesen sein also diese ganzen programme photoshop das gehört auch verboten wo sind die ungeimpften impfverweigere raus wo sind die geboostert denn wie ich muss man immer den ganzen bruder alter und ihr macht euch lustig über meine augenringe über meine optik willst du mich verarschen können sie bitte einmal die motorbau aufmachen könnt ihr euch abgehen das war das letzte video was ich schon ihm angeguckt habe wir euch das letzte jockey nächste überschrift kannst du gleich machen das letzte hugo video was ich mir meine community wir wehren uns wir wehren uns gegen diesen schmutz sagt ehrlich chat wir wehren uns gegen so einen dreck und angst vor mardern das habe ich auch noch nicht gesehen digga es ist so der klassiker ich sag mal oftmals verkauft dass man sich äh Toilettensteine oder wc steine in den motorraum hängt das soll soll marder abheiten fällt dir das aber nicht unter tuning ne oder nein ich hab doch nicht gehört dass ein klostein gegen marders hilft äh chat fein hä jetzt hab ich doch nicht gehört hab ganz ehrlich es ist ja nichts dabei ich hilft wirklich ist das aber auch so ein hausmittelrezept weißt du meine mutter sagt auch zu mir wenn du morgens einen schluck deines urin trinkst geht's dir abends besser du schläfst besser ein und wer glaubt die scheiße das stimmt doch nicht das stimmt nicht sowas stimmt nicht das ist doch Müll das ist doch so aberglaube zeug das macht doch kein mensch weißt du wer das wer da denkt komm ganz ehrlich von euch wer haut sich ein klostein unten äh unter die motorhaube alle hängen geblieben da hat er einen rausgehauen digga du konntest damit sowas nicht umgehen right there siehste hat funktioniert brauche ich zwei drei lassos oder schätzen sie mich so gut ein dass ich es direkt mit dem ersten schaffe ich schätze sie sollen dass sie erst mal lernen sollten einlass um zu benutzen oh verzeiht hey hey oh do f*** with me boys you don't want that komm her wenn du's wissen willst ich mich auf der straße klärten mr freeman verzeihen sie mir ich bin in vollkontakt übergegangen ähm hört man meinen stream bei dir im hintergrund äh mein bruder guckt grad ey radadam radam sagt ehrlich chat wie gefällt's doch ja ok es ist jetzt auch so man muss ehrlich sagen ne äh wie ist die wie ist die Stimmung im Publikum wie ist die Stimmung bei den Zuschauern wenn man jetzt an GTA Repay denkt hat man so das Gefühl finden das die Leute noch gut ja ne wir sind in der Phase nein pass auf wir sind in der Phase es war ganz neu damals dann bin ich eingestiegen jetzt geht's runter ne ja wisst du was ich meine so jetzt natürlich jetzt ist das das ist ja ein Irrglaube jetzt schreibt einer rein oh, Red Dead Red Dead ist besser. Weißt du, warum du es für besser findest? Weil du mal was Neues siehst. Weil du mal einen mit dem Lasso schmeißen siehst. Weil du merkst, die sind ein bisschen anders. Man kann andere Dinge machen. Es ist neu. Was Neues wirkt immer besser. Aber es ist... Ich habe es runtergeladen. Ich schwöre es euch, ich habe es runtergeladen. Ich habe Red Dead Redemption Deluxe runtergeladen. Die Story werden wir irgendwann mal spielen. Würdet ihr euch freuen? Auch gerne jetzt mal bei YouTube in die Kommentare. Habt ihr Bock auf Red Dead Redemption? Content? Auf die Figur? Und gerne auch in die Kommentare bei YouTube, wenn ihr das hier seht. Gerne schreiben, welchen Charakter ihr seht. Sehen wir was? Ich habe was Neues überlegt. Sehen wir vielleicht sogar den Opa von Theo. Ein von Alga Opa. Weißt du, was ich meine? Aus dem 18. Jahrhundert. Der Opa. Der sitzt neben mir. Ach so. Ja, vielleicht hat er mir gesagt, dass... Ja, vielleicht. Vielleicht. Ja. Wo ist Pappel? Bye. Oh, bist du... Oh. Ja, ich wurde getötet. Ich wurde gesniped. Oh mein Gott, was ist jetzt? Ich glaube, ein Game stürzt ab. Das sind meine Skills, weißt du? Und er ist einer der gefeiertsten Gamer, ne? Hat er nicht Fortnite zu dem Erfolg gebracht, was war in Deutschland? War er nicht der größte Forthniter? Und das sieht aus, wie wenn ich spiele. Das sieht aus, wie wenn ich auf einmal spiele. Oh Mann ey. Okay, und bist du hier mit Absicht reingekommen oder hast du es versucht? Ich hab das mal fest, weil ich hab so gedacht, okay, drei Minuten Delay. Mal versuchen. Ja? Okay, Gott. Jetzt bin ich drin. Sauber. Oh nee, mein Game ist abgestürzt. Nein. Bisse. Nein. Nö, ist nicht abgestürzt, aber ein Streamsniper. Ah, das ist aber sch... Leute, sollen wir auch mal machen? Fortnite gegen zwei Wahllose? Verwahrloste? Wahllose? Leute? Geht's sogar zu. Kannst du uns einen Stockweg höher fliegen? Geht, ein. Gut, ein hoch. Iiiiih! Gleichkeit. Upsada! Aua! So, nochmal. Wir haben gerade noch jemanden im Chat entdeckt und zwar den iFabian1. Moin Moin, Pablo, Kack Veganer. Sind Mods online? Huha! Ja, Fabian. Also manchmal müssen auch gar keine Mods da sein. Weil manchmal sieht der Streamer auch selber was, äh, was da geschrieben wird. Ciao. Flö, flö, flöte Mann, spiel die Flöte ran, bam, bam. Bis zum Ende dieses Jahres möchte ich eine Million Follower erreicht haben. Ja, und ich war in diesem Jahr schon dreimal online. Also ihr seht, ich bin zielstrebig und arbeite an meinem Ziel. Aber dafür hab ich euch. Dafür hab ich so treuisch zuschauen. Ihr seid die Beste. Ihr seid die ABK-Ach. Ich bin reich und ich scheiße auf alles. Ich pack ab. Oh, 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 oh. Warum deckt der mich nicht unter? Bitte dich schnüffeln. Bitte dich schnüffeln. Nice. Ich glaube, und die Bauch kommt hier weiter. Keiner weiter. Keiner kommt. Keiner kommt. Das ist kein Schnarchen. Das ist Commanderkrieger beim Auftauchen. Vater- und Tochter-Content. Mehr davon, Hugo. Mehr davon. Auch für die Eltern von den Leuten. Bitte nur einen Tropfen probieren. Oh nein, mach's nicht. Was denn? Da hängt ein Totenkopf dran. Here we go. Ich kann jetzt wirklich nicht ab. Ernst, probieren wir mal. Oh, oh. Setz dich hin, setz dich hin. Setz dich hin. Hast du gegessen? Oh mein Gott, mein Maul ist so am Köln. So, ich brauche eher was zum Reinschmucken. Ah, schön, dass Gixen auch mal wieder in den Videos ist. Ich warte noch ein bisschen. Ach, du still da. Aber es kommt was. Ich weiß gar nicht, was er hat. Meine Fresse ist taub. Es knistert. Schmeckt gut. Kauf-Empfehlung mit dem Rabattcode. Get up my left. Wenn du einen Crater-Code eintragen würdest, welcher wäre das? Hat Montana Black einen? I got a condo with Manhattan. Ja, keine Ahnung. Ich kenne keinen außer Montana Black und Trimax, aber sonst. Okay. Ich habe den Code von Trimax drin. Wenn Onkel Monte mal wieder ein neues Spiel testet. Man lebt doch eigentlich nur für die Frauen. Und jetzt? Alter. Nein, das darfst du dich sagen. Das darfst du dich sagen. Das darfst du dich sagen. Du malst das jetzt. Du musst das malen. Du musst das malen. Spinnst du? Warte mal, ey. Jetzt kommt wieder Premium-Content. Ey, wisst ihr, wie komisch das ist? Ihr könnt euch das nicht vorstellen, wie komisch das ist. Du siehst deine eigenen Szenen, die du erlebt hast, siehst du zum ersten Mal, siehst du dich da selbst. Das ist echt komisch. Ihr seid in der 4D. Ich bin Garneli. Komm. Und jetzt siehst du das selbst. Komm. Spinnst du? Spinnst du? Tickst du noch ganz sauber? Die ganze Nacht? Geh ab jetzt. Das ist zu lang. Ja, ja, ja. Ich bin doch kein Kleinkind. Doch. Verschwind. Nein. Das ist zu lang. Okay, jetzt. Du wirst krank. Ich bin gleich fertig. Halbe Stunde noch. Ich gucke mal. Halbe Stunde Stunde. So war's doch auch nicht. So war's doch auch nicht. Sag ehrlich. Jungs. So war's nicht. Nee, das... Nein! Das bricht mich viel mehr. Was macht denn Ronaldo? Wieso sprintet der einfach mit 1000 kmh in MWP rein? Ach, ich hab zu Rulid gepasst. Ah! Ah! Wenn ich ihn reinknalle, dann will ich ihn mit so viel Bums reinschmettern. God damn, you won't come and go to me. Ey! Ist das nicht echt? Ganz ehrlich? Ohne Zeit? Die, 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 äh... Satter Hugo-Videos sind viel besser im Schnitt geworden, weil Satter Hugo war für ihn immer der Dreckskanal. Weißt du? So für Hugo. Hugo, hungriger, macht er selber. Satter Hugo, komm, mach ein Laie. Ein Laie macht er. Die sind besser geworden. Die sind viel besser geworden. Die Qualität des Schnitts hat sich massiv gesteigert. Hey, wenn, wenn reagiert Tanzverbot eigentlich auf solche Videos? Singt der dann am Ende mit? Das würde mich mal interessieren. Singt der mit oder nicht, hä? Würde mich mal interessieren. BAM! Halbe Video wieder nur mein Gesicht gewesen. Sag ganz ehrlich, Chad. Ist doch ne Schande. Alge. Alge.